hallo freunde wir sind wieder da ich wollte ein paar slabs machen dazu brauche ich cleanstone mein freund grüß dich geht doch wieder heim ja die richtung zu deiner kumpel tschüss ist doch besser was willst du hier so ganz allein Eiche, Eichensetzling, Eichenlaub ich nehme mal Eichenlaub mit was ist denn das hier schwarz Eiche in diesem texture pack weiß ich jetzt gar nicht so ganz genau jetzt habe ich zwar sand mit naja schauen wir mal ach so halt den burschen brauche ich um ein paar steinchen zu machen ein paar treppen zu machen reichen uns die ich hoffe einmal gleich mal weiter gucken achso in der letzten folge habe ich so leicht wie so manchmal so meine art ist ich fange so irgendwie so das erzählen an komme dann wieder ab und quatsche nicht mehr weiter wird das eigentlich irgendwann grün das Zeug oder wie ist denn das habe ich den Eimer noch das ist doch normaler natürlich normale da müsste ja irgendwann mal grün werden ich hoffe jedenfalls dass das so ist weil sonst wäre das ganz schön beschreiten achso halte ich heute das da hinten mit so das Lipps einfassen doch ich glaube das gefällt mir ganz gut dann die hier so so einen Busch ein bisschen hier so drüber wachsen lassen das ist natürlich ein bisschen wird das unter dem Busch dann auch noch grün oder soll ich da warten bis das ganze mal anfängt zu wuchern ich weiß es nicht ich mache jetzt eigentlich tue jetzt einfach mal so als ob vielleicht hier noch hier ach das wächst da rüber hier ist es ein Tick mal höher dann würde ich das ganz gerne hier so ein bisschen runter wachsen lassen allerdings muss ich das mal von ist das viel zu hoch um runter zu fallen runter zu fallen oh hallo komm bitte mach hier was dran dann haue ich es halt da hin ist es ich glaube das ist ok ich schaue mal ein bisschen hier aus der Entfernung ach das ist doch ganz nett oben könnte man es noch ein bisschen höher machen allerdings erst nachdem ich mich ein bisschen ausgeruht habe weil wir wollen ja nicht bei der Arbeit groß gestört werden von anderen Bauarbeitern achso und jetzt laufe ich wieder hierher und denkt mir gerade dass ich ja eigentlich sagen wollte dass bei mir manchmal so ist dass ich so einen Satz anfange das muss ich noch ändern und dann nicht weiter quatsch und den einfach so halb im Raum stehen lassen das ist glaube ich ein bisschen eine blöde Angewohnheit wo machen wir denn soll ich die hierher pflanzen die Eiche und zwar habe ich doch erzählt dass ich so eine schnelle Maus oder die Maus immer auf sehr schneller Stufe habe also also der Mauszeiger bewegt sich extrem schnell weil ich das gern mag eigentlich und dann kann es passieren manchmal dass wenn ich eben hier mich so drehe dass das so dass das vielleicht ein bisschen viel zuppelt wenn ich jetzt ach ich mache mal dass das krass so hier ist es jetzt gewachsen warum auch immer quasi der letzte Block den wir angefügt haben ist als erstes gewachsen ich habe kein Dirt mehr dann hole ich noch schnell ein bisschen jetzt hole ich wieder ein Steck das muss reichen der hier der das Zuckerrohr ist ein bisschen blass blass gegenüber dem anderen Pack ich lasse das so ah ok ok der Gras das Gras wächst hier quasi von dem der Samen muss ich aber erstmal ausbreiten von den Gräsern hier so rüber wird irgendwann das ganze Feld hier überwuchernd wunderbar genau so machen wir es dann pflanzen wir noch so einen Baum oder vielleicht genau hier aufs oder nicht genau hier aufs sondern vielleicht hier aufs braune weil wenn wir jetzt ein bisschen Dünger draufhauen tut der ganze Klotzen sowieso den Ding übernehmen oh Mist ich bin da eingesperrt ich will raus oha stand ich so nah dran scheint so egal wo war das Loch hä war das das Loch ich war doch ähm ja so nee nicht gut so besser ein bisschen gefälliger wird hier ja so 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 ist schön schön wäre es noch ich glaube ich mache hier noch so einen Busch her irgendwo ähm hier vielleicht ein bisschen ein bisschen unser Busch braucht natürlich einen Stamm ich weiß nicht ich weiß nicht mir gefällt das hier irgendwie wenn das hier so ein bisschen grün ist so so hm machen wir einen höher lassen wir ihn so lassen wir ihn so lassen wir ihn so hm eins zwei drei vier da vielleicht noch dann hier noch einen her hier aber das sieht doch ganz nett aus vielleicht lass ich irgendwann da mal so einen so ein Efeu runter wachsen oder halt so ein ja so eine Reifpflanze hier so ein Dschungel ja Efeu das ist glaube ich für das Richtige ich möchte mir das jetzt mal ein bisschen aus der Entfernung anschauen dazu steige ich mal einen Ticken hoch ach das ist doch ganz nett oder hier schauen wir mal was da ist eigentlich hier noch so ein Baum zwei verschiedene ja auch schön Eiche und dann sieht man hier wieder in das Tal wo wir ja wo die Pferde sind das haben wir schon mal hier haben wir schon mal so ein Ding aufgestellt da sind wir ja mal da rüber gewandert was ist denn das hier im Hintergrund ich habe leider oder was heißt leider ich habe halt bei der letzten Installation wo wir mal hier die die ganze Geschichte da ein bisschen rumgezickt hat und Hallo Schaf habe ich mal habe ich den Ding weggemacht den ah da hinten wären so Bäume jetzt sehe ich es am hinteren Horizont ganz hinten wenn man so runter fährt lädt das nach der Nebel lichtet sich ja schön ja da sind wir doch mal dahinter klatscht und da haben wir diesen diesen Pfeiler da aufgestellt dass wir dann was sehen von der Entfernung lassen wir mal sehen wo wir hin gehören komme ich hier irgendwie runter ohne dass mir das Knack brech sieht nicht so aus ja hier schon Hallo Schaf ja auch von hier glaube ich sieht ganz nett aus vielleicht tue ich oben das mal ein bisschen beleuchten da könnte man doch vielleicht paar Fackeln hinstellen ich hole mal schnell ein bisschen dann müsste doch hier hab ich was ist das hier Kies bei dem Koppelzeug sehr interessant tue eigentlich wollte ich sagen ob wir nicht irgendwo Zaun haben Stein so Zäune aus Stein Ziegel hier hätten wir auch noch Ziegel gehabt da hätte ich gar keine kann ich machen müssen aber der Pemoste Stein ist auch irgendwie Bruchstein habe ich da habe ich so einen Pemosten bin mir nicht ganz ich dachte immer ich habe irgendwo so Stein Zäune egal ich werde mal ein paar machen ist doch egal kann ja nicht schaden wenn wir da ein paar haben nimm die mal mit erde gieß wieso ich hier Monster höher es ist nicht Nacht hier wechselt es ein bisschen vielleicht wenn ich wie hoch ist denn das hier schau denn das aus wenn ich hier der Baum brennt uns ja nicht weg oder gefällt mir das ich glaube ich stöße mal ein weiter weg oder ich stöße einfach hier an die Ecke ein bisschen einfach aus damit uns der Baum nicht komplett abfackelt tut er zwar nicht mit einer Fackel hier aber es sieht doch besser aus wenn wir wenn wir so tun als hätten wir mit gedacht bei der Arbeit es wird nicht ausreichen um sämtliche Krippe fern zu halten aber ich mache hier mal noch so ein Ding her vielleicht leuchtet das ja dann ein bisschen durch schlafen eine Runde wieder zu tief ins Glas geschaut und etwas ins Wanken gekommen da haben wir die Kurve nicht ganz gekriegt hier das mit den Monster finde ich schon komisch dass die hier die ganze Zeit rum krummeln obwohl ich keinen Anlass dazu sehe das muss irgendwie unter uns noch in einem Hüllensystem sein ich glaube das ist ganz nett so wie wäre es eigentlich wenn wir hier auch noch ein bisschen am Busch her machen oder da pflanze ich dann mal so Rosen an das wäre doch auch schön vorne müssen wir auf alle Fälle auch noch was machen weil das gefällt mir auch nicht hier vorne das schaut schon sehr kahl aus wenn ich hier einen Baum wachsen lasse hier direkt hier probieren wir einfach was soll das so Knochenmehl an mich hin oh tja da brauchen wir wohl mehr hier hier und vielleicht auch ein bisschen Licht damit der Bursche hier anständig wächst so so vielleicht mal eine Größe der wächst hier nicht warum nicht ist hier zu dunkel kann doch kaum sein oder bitte bitte wachsen hm da wachs mein Freund wachs mein Freund da hin wir warten bis es noch nicht auf scheint gießen den dann noch ein bisschen ja eigentlich hier mitten dann will ich ihn nicht haben wenn ich ehrlich bin ich könnte den Stamm dann versetzen und so tun als wenn er schräg gewachsen wäre hauptsache wächst mal ja boah ausschauen tut's schön aber bringen tut nicht hauen wir weg ich meine ich könnte jetzt wieder von Hand einen bauen haben wir ja schon mal gemacht aber einmal noch ach wie geil ist das denn hä ach das lass ich so ich muss mir das von dem Föhn anschauen schön 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 ach nee und mit diesem Blick verabschiede ich mich und begrüße euch dann wieder zur nächsten Folge so long